Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Wir hatten die Gelegenheit, letzten Montag exklusiv Assassin's Creed Valhalla anzuspielen. Für diese Vision gehen wir in Krieg. Wundert euch bitte nicht, dass wir in dem Video Englisch reden. Wir hatten nämlich einen der PR-Mitarbeiter von Assassin's Creed Valhalla mit im Team und er hat Englisch gesprochen und uns das Spiel währenddessen erklärt. Ihr hört ihn nicht, wir reden Englisch, macht aber nichts. Wichtig ist das Spiel, jetzt viel Spaß damit. Oh, nehmen wir uns mal das schöne Christendörfchen hier vor. Ja, Raid. Ei. Okay, jetzt habe ich den Boden. All right. Kriege ich. Kriege ich. Oh shit, Bogenschützen. Oh. Oh Gott. Okay. Yes. Bam. Oh. Das war der Richtige. Ah. Und dann, das ist schon mal sehr schön, wenn ich ihn richtig im Moment abglocke. Oh shit. Das war der Falsche. Okay. Das war der Richtige. Nice. Hallo. Oh. Ah, ich habe gerade gesehen, dass jemand Arrows an mich schüttet, nicht wahr? Dann, ich sterbe, ich weiß nicht. Let's just restart. Äh, where the hell am I? Ich hole mir noch den Typen. Yes. Oh. Geil. What's wrong with you? Schön von hinten ran hier, auf die fiese Nummer. Bam. Und. Let's try that again. Oh Gott. Easy going. Und du mit deinem, du mit deinem Bogen hier, alter. Oh ha. Da sage ich mal, lieber arm dran als arm ab, wa? Also das hier. Ah. Das war's nein. Oh. 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 Oh, 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 oh. 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 Ah, kommt direkt Hilfe. BAM Also vielleicht gehen wir bei diesen Leute da oben Easy Schnitz Zack Oh, nochmal gegen die Wand gedrückt Oh, es hat ihn gerade zerrissen Das ist nicht mehr einfach die Jetzt rennt er hier weg BAM Einmal so einen Bogen testen Oh Schön von hinten ran Assassins-Stil hier Oh, shit So viel dazu Direkt mal kassiert Alter, du und dein Messerchen Never bring a messer to axtfight Okay Was tue ich? Ah, I have a bow That makes things interesting Die sind so viel stärker als ich Jetzt aber Oh, ja Ah Okay, das sollte ich nicht machen Damit verschwende ich nur Zeit Oha Hier ist er Shit Shit, 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 shit Eigentlich möchte ich ja da rein wahrscheinlich Wahrscheinlich, ne Ah, perfekt All right Das dürfte dann der erste sein Sehr schön Okay Er hat richtig Bock Yes Yes So muss das auch so Oh 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 Alter Falter Ja Na komm Wenn die anderen da noch beschäftigt sind, können wir hier schon mal Ach, nee, können wir noch nicht Wir müssen erst aufräumen Macht euch nützlich Hallo Die sind so schnell Wir brauchen mehr Loot Und vor allem brauchen wir was zum Heilen, habe ich das Gefühl Ich habe so ein bisschen Paranoia, dass wir in eine Heilbredouille kommen Okay Okay Ah, da ist es, okay I get it Okay, yeah Oh, yeah, I see Ah, and also enemies, okay Oh, yeah Nope These guys are way into fighting, but not too much into opening huge chests All right No, no I think I think that one counts Ich schlafe mir echt nicht gut Aber ist egal Der hat doch bestimmt irgendwas Maybe Or maybe try another door Wer schreit denn hier? Bleib entspannt Ich tu dir doch gar nicht Und Zack, Rainer Okay Yeah, yeah, let's try this one Oh, yeah, let's go What? So Das war mein erster Versuch Einmal gestorben Bisschen weit mitgenommen Mal schauen, wie die Ananas machen Zweite Schatztour Ah, jetzt muss ich ein bisschen Gas geben, glaube ich Okay Das blockiert die Tür Nice Schön leer geradet die Stadt Sehr schön Jetzt wird getrunken Weagn're Weagn dep 의� Von 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 Untertitelung des ZDF, 2020